Die junge Chloe ist nach einem Unfall schwer traumatisiert. Chloe. Marla Harrison, Leiterin der Aquarius Patientenberatung. Hey. Oh, und das ist Tom Burstrom. Er ist unser VP für neue Technologien. Um ins Leben zurückzufinden, nimmt sie an einem speziellen Programm teil, in dem sie mithilfe einer künstlichen Intelligenz, Stabilität, Ruhe und Selbstvertrauen wiedergewinnen soll. Hallo? Soll ich das Stück für dich fortsetzen? Nein. Überschütte mich mit Komplimenten. Bravo, du bist so berührend. Die Beste, die ich je gesehen habe. Doch die KI entwickelt ein Bewusstsein und hat ihre ganz eigenen Pläne. Ein amerikanischer Debütspielfilm von Jay Ness mit Alexis Gabriel, Emily A. Tech und Brittany Benjamin in den Hauptraum. Dark Cloud Dark Cloud Dark Cloud Hider Dutz